Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr die Durchflussmenge des Wassers an sehr vielen Thermostaten bzw. Heizkörpern verändern könnt. Ihr habt vielleicht schon meine Video-Variante zum Thema Fußbodenheizung gesehen. Den Link packe ich euch nochmal hier oben in die Infobox mit rein. Für all diejenigen, die keine Fußbodenheizung haben und auf der Suche nach der Lösung Wasserdurchflussmenge für normale Heizkörper sind, dieses Video hier. Warum überhaupt? Im Grunde ist es so, dass wenn ich das Thermostat komplett aufdrehe, hört es vielleicht schon Rauschen im Hintergrund, läuft Wasser durch meinen Heizkörper durch. Die Durchflussmenge des Wassers, das nennt man auch hydraulischer Abgleich, die Durchflussmenge des Wassers bestimmt, wie viel Wärmeleistung das Wasser an euren Raum abgeben kann. An der Stelle nochmal den Hinweis, ich bin Hobbyhandwerker, Hobbyheimwerker und nicht vom Fach. Wenn ich also hier Dinge erzähle, die nicht zu 100% stimmen, dann seht es mir nach. Das sind einfach die Erfahrungen, die ich selbst in meinem Haus gesammelt habe, die ich hier an euch weitergeben möchte. Ja, also, je mehr Wasser bzw. je schneller das Wasser durch euren Heizkreislauf durchläuft, oder den Heizkörper durchläuft, desto mehr Wärme kann abgegeben werden, weil das Wasser eben keine Zeit hat, in dem Heizkörper sehr stark abzukühlen. Andersrum bedeutet das, je langsamer das Wasser durch euren Heizkreislauf oder Heizkörper fließt, desto mehr Zeit hat es, die Temperatur abzugeben. Das heißt, es läuft warm rein und kommt eben relativ kühl im Rücklauf wieder raus. Das ist eigentlich ein optimaler Zustand, weil ihr eben die ganze Wärmeleistung abgebt und somit wenig Energie verschwendet. Es gibt aber Gründe, aus denen man diese Wasserdurchflussmenge, die man auch hydraulischer Abgleich nennt, verändern möchte. In meinem Fall zum Beispiel ist die Heizung prinzipiell jetzt im kompletten Haus ganz gut eingepegelt. Ich habe hier aber einen Heizkörper unterm Dach und da kommt eben nicht die gewünschte Wärmeleistung bei mir an. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin, ihr seht das, das ist ein ganz normales Thermostat von Danfoss, also nichts Wildes. Der Heizkörper ist jetzt ungefähr 16 Jahre alt und das Thermostat dann mit Sicherheit auch. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das bei mir aussieht. Hier ist so eine Art Schnellspanner, Schnellverschluss dran. Da drehe ich mal dran und dann seht ihr, dass ihr sofort das Thermostat entsprechend abnehmen könnt. Also das ist hier überhaupt kein Hexenwerk. Und dann ist es so, ich zoome dafür euch mal ein kleines bisschen ran, damit ihr das besser seht, habt ihr oder habe ich hier an meinem Heizkörper auf jeden Fall ein kleines rotes Einstellrädchen, wo entsprechende Zahlen drauf sind. Und das steuert, wie viel Wasser durch euren Heizkörper fließt. Also bei mir steht es, stand es am Anfang auf 1. Das kann man hier mit einer Zange optimalerweise drehen. Ich habe hier so ein kleines Werkzeug, damit geht das auch ganz gut. Stand vorher, ihr seht das hier, auf 1. Das heißt, das Ventil ist relativ weit zu. Selbst wenn das Thermostat jetzt auf 5 zum Beispiel steht, läuft eben nur genau so viel Wasser durch den Heizkörper, wie dieses Ventil hier überhaupt zulässt. Und je weiter ich das aufdrehe, desto mehr Wasser läuft in der offenen Stellung des Thermostats durch euren Heizkörper durch. Und das ist was, wo ich längere Zeit nach gesucht habe und nur durch einen Tipp von einem Freund darauf gekommen bin, dass es eine solche Einstellungsoption hier unter dem Thermostat gibt. Bei einigen älteren Heizkörpern gibt es auch solche Einstellmöglichkeiten direkt im Zulauf-Eckventil oder im Zulauf. Da müsst ihr mal schauen, da sind teilweise so Plastikkäppchen oder auch Metallkäppchen drauf, die man aufdrehen kann. Und da drin ist dann eine Schraubenöffnung, wo ihr auch die Durchflussmenge des warmen Wassers für euren Heizkörper einstellen könnt. Ja, ich habe jetzt bei mir einfach mal, das war auf 1 gestellt, hier mal ein bisschen höher gedreht, auf jetzt hier in dem Fall 6. Ich stecke jetzt hier einfach mein Thermostat wieder dementsprechend drauf. Das geht deutlich einfacher, wenn das Thermostat sich im geöffneten Zustand befindet. Ich stecke das einfach drauf. Ich musste die Position der Kamera ein kleines bisschen verändern, weil ich doch zwei Hände brauchte. Aber ihr seht, das Thermostat wurde jetzt, ich habe das jetzt einfach wieder drauf gesteckt hier. Und ja, dementsprechend ist eure Konfiguration fertig. Und es läuft jetzt deutlich mehr Wasser durch den Heizkörper, als es das vorher getan hat. Nochmal ein kleiner Hinweis an der Stelle. Wenn ihr nicht vom Fach seid, so wie ich, seid damit sehr, sehr vorsichtig. Ihr habt einen Impact, also eine Auswirkung auf den gesamten Heizkreislauf. Ja, das heißt, wenn ihr hier am hydraulischen Abgleich Änderungen vornimmt, so wie ich das jetzt getan habe, kann es sehr, sehr gut sein, dass es andere Heizkörper, oder dass es die Temperatur in den anderen Heizkörpern mit beeinflusst. Also hier wirklich notieren, was ihr geändert habt und im Bedarfsfall dann wieder zurückstellen. Und wenn es überhaupt nicht funktioniert, am besten einen Fachmann holen, der euch bei der ganzen Geschichte unterstützt. Okay, ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen. Würde mich über einen Daumen nach oben, ein Abo auf meinem Kanal freuen. Und wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Macht's gut!